Guten Tag, hier spricht wieder euer Game. Und jetzt holen wir die greifend schöne Ausrüstung. Suchen wir weiter. Das war beloofbar. So, das war es, das war es, das war es. Aber was habe ich noch. So, das war es. So, das war es. So, das war es. So, das war es. hier mal viel aufgeräumt. Das tun wir aber erstmal speichern, wie immer. Dann weiß ich nicht, was hier in dem Turm passiert, Leute. So, jetzt gehen wir erstmal aus. Kommen wir jetzt unser Außerum ein bisschen um. Kommt Außerum, der Ding ist. So, eher hier mal so. Dann ist doch irgendwie Turm was. Aber ich würde nur sagen, das Schlafen ist zu hell wie du. Weil man nicht viel besser im Moment heller ist, kann man alles besser sehen, Leute. So, 8 Uhr morgen. So, gehen wir mal nach oben. Ich finde die Musik von Wizza einfach klasse. Jetzt einfach. Wer die gemacht hat, hat richtig gut. So. So, jetzt gehen wir mal nach hinten. Wer das war, will ich nicht. Gut. Seinha. So. So, wir sind in den Tabern Ly sport. Sohnein, das ist ja so gut. Soll ich die Höhme aufkommen. Oh, alles. Oh, alles. Das ist echt Hammer. Ah, Mist. Alle haben natürlich auch alle die für einen Sau stark, Leute. Das war immer das Merkige manchmal. Aber wir kriegen es ja gut hin. Das laden wir halt mal wieder. Und schauen wir weiter, was noch da abgeht. Im Pizza-Universum. Mal gucken, wieviel DLC es da noch gibt, Leute. Würde mich auch sau interessieren, oder, Leute? Bis jetzt sind ja zwei sind ja angekündigt. Eins gibt es jetzt schon. Das wird ja auch bald verfügbar sein, Leute. Das ist sau gut, finde ich. Ja. Ja, ich bin im Level allein gegen diese Übermächtige, finde ich. Aber mal. Das ist... Ja. So, ne. Jetzt ist mir jetzt noch etwas komplett hoch. Sorry, Leute. Ich werde das nochmal, also den Fehler nochmal. Wenn man so alles speichern, vergess dich immer, Leute. Das ist immer mein Problem hier. Das ist immer mein Problem hier. Das ist immer mein Problem hier. Das ist gespeichern. Sollte... Warpazeln. Das ist es. Das ist doch kein Problem hier. Das ist... Oha, ok, speichern wir die Sicherheitszahnung und gehen wir rein, gucken erstmal ob wir oder irgendein? Oh, meditieren wir mal schnell, ne? 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 Ein bisschen. Ah, Leute. Ah, Leute. Okay, hier eben. Oh man. Okay. Das war's. Okay, okay. 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 Ich bin neu, dass sie noch zuruhen. So, warte mal. So, jetzt können wir hier mal durchgucken. Ah! So, noch nicht. Uh! So, noch nicht. Schauen wir jetzt noch viel weiter nach unten. Vielleicht viel mehr. Steht aber nur danach. Weitere. Dann machen wir... ... 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 mehr rüberkommt doch die Leute, jetzt bisschen arg warte mal, nein ich mach's jetzt effektiver, so das ist nicht so schlimm, jetzt mal ein bisschen dass es dunkel ist, jetzt mal ein bisschen dann ist es nicht so extrem schlimm, nein Leute das finde ich immer ein bisschen merkwürdig das ist nicht so schlimm, nein noch mal noch mal Ja, weh, weh. Ja, weh. Ja, weh. So, das ist, wir fokte, was denn? Das Monster Ding ist Ah, das ist nicht komisch, ok So, jetzt reiten wir zum nächsten Verbesserung Daemen Speichern muss sich als andere Bevor wir sterben und dann hier Probleme kriegen Hals, deine Mutter hat dich rausgeschissen Jetzt hol ich das Grab zurück Auge um Auge Oh man, lass doch die Leute in Ruhe Ah, die sind ja auch gut Ah Alter, wieviel Bandide hier imo Ah Bandideen und alles hier rumlaufen Das ist halt ein bisschen nervig, finde ich Ah Ich sollte mich ein wenig umsehen. Oh mein. Oh mein. Das reicht jetzt. Warte mal neun. Ich bringe den Bastard um! Ich bring ihn um! Alter, endlich! Oh, au, jetzt hör mir aber unten! Ich bin nicht nur wieder am Arsch gemacht, oh man. Jetzt halt immer das... Manche muss mir nervig werden. Ah, so ist der was. Wow, Leute. Dann machen wir mal die Greifensschule. Das war die Greifensschule. Ja. Genau. Cool. komisch aber ich denke ich muss sagen machen ich darf wieder Feierabend und ich sage euer Peter Gmler, tschüss bis dann Peter Gmler